Wutbauern setzen Ricarda Lang fest. Brennende Tonnen, brennende Reifen bei einer parteiinternen Veranstaltung bei der Ricarda Lang-Teilnahme in Magdeburg. Es sind bedrohliche Bilder. Ein Georg Restle würde sagen, es ist mehr als ein Hauch von Weimar. Wir erinnern uns an dunkelste Zeiten zurück. Eigentlich fehlt nur noch der Fackelaufmarsch und die Stahlhelme. Ganz so dramatisch war es dann doch nicht. Es gibt die Aufnahmen von den brennenden Reifen, von dieser brennenden Tonne. Auf den Fotos, gerade bei Nacht, sieht das Ganze durchaus bedrohlich aus. Seit man Robert Habeck daran gehindert hat, seine Fähre in Schlüttsiel zu verlassen, stelle ich mir eine Frage. Stilisieren sich die Grünen hier selbst zur Opfergruppe oder werden sie tatsächlich von den Bauern, vom wütenden Mistgabel-Mob, vom Mähdrescher-Mob attackiert und angegriffen? Ist die Demokratie wieder in Gefahr oder immer noch? Zumindest wissen wir das ja seit den Korrektiv-Recherchen vom Privattreffen. Auch interessant, wie sämtliche Medien in ihren Formulierungen zurückrudern und es mit jedem neuen Artikel eigentlich harmloser wird. Mit den Grünen ging das los, als man Robert Habeck daran gehindert hat, eine Fähre zu verlassen. Es gab manche, die tatsächlich von einem Anschlag auf den Minister gesprochen haben. Danach ging es in Biberach weiter. Die Grünen mussten ihre Veranstaltung am Aschermittwoch aufgrund einer akuten Bedrohungslage absagen. Es gibt verschiedene Bilder. Ich wurde kontaktiert, mir wurden Aufnahmen zugespielt. Alles, was ich dort sehen kann, ist absolut harmlos. Bei Welt sehen wir dann, wo zum Beispiel in Biberach Steine geworfen wurden. Hier schmeißt jemand Steine auf eine Straße. Das Einzige, was dort tatsächlich nicht ganz ins Bild passt, ist, wie jemand ein Stück Holz auf das Auto schmeißt und dort die Scheibe beschädigt wurde. All das bietet natürlich immer reichlich Stoff für diejenigen, die jetzt die Grünen als Opfer darstellen, für die Grünen selbst, die sich als Opfer stilisieren. Das, was man sonst eigentlich immer nur der AfD vorwirft, und die haben ja nun wirklich keinen Grund, also die AfD-Veranstaltungen, die laufen alle immer vollkommen harmlos ab. Da gibt es kaum irgendwelche Gegenproteste. Gut, in Münster gab es jetzt ein paar Anzeigen, insgesamt 17 Stück, aber das ist ja auch alles nicht der Rede wert, denn immerhin hat in Magdeburg ein Reifen gebrannt. Ich möchte das Ganze nicht herunterspielen, aber auch hier sehen wir eine Doppelmoral, eine Form der Heuchelei in der Berichterstattung über die Grünen, über ihre Veranstaltungen, die in letzter Zeit massiv gestört werden, eben von den Bauernprotesten, von den Landwirten und im Gegensatz dazu über die Berichterstattung, wenn es um Veranstaltungen der AfD geht. Der Vorfall um Robert Habeck war schon ein wenig merkwürdig, aber spätestens nach der Berichterstattung über Biberach bin ich doch stark ins Grübeln gekommen, ob es tatsächlich wirklich so abgelaufen sein könnte oder nicht. Hier haben wir einige Aufnahmen, unmittelbar, bevor das Ganze in Biberach eskaliert ist. Dort sehen wir, wie die Polizisten aus welchem Grund auch immer anfangen, Pfefferspray auf die Demonstranten, auf die Teilnehmer zu sprühen. Aus den Blickwinkeln, aus den Blickwinkeln, in Richtungen, aus denen es gefilmt wurde, ist hier nicht wirklich zu erkennen, warum der Polizist sich dazu entschieden hat. Das trägt natürlich immer zur Eskalation bei. Es gibt auch mehrere Livestreams über teilweise zwei oder drei Stunden, auch die werde ich euch unten verlinken. In Hirschheit musste auch eine Veranstaltung der Grünen abgesagt werden, aufgrund einer akuten Bedrohungslage. Der Bayerische Rundfunk schreibt dazu, extreme Angst, erneute Proteste bei Grünenversammlungen. Teilnehmer von Grünenversammlungen berichten immer häufiger von einer bedrohlichen und einschüchternden Stimmung durch Protestierende. In Hirschheit musste nun eine Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Ja, welche Sicherheitsgründe denn? Und vor was genau habt ihr Angst? Wir haben in Magdeburg gesehen, wie Ricarda Lang meiner Meinung nach vollkommen richtig reagiert hat. Auch das kann man durchaus würdigen. Blende der Stadtoase ein. Sie macht den Organisatoren des Bauernprotests ein siebenminütiges Gesprächsangebot, kommt dafür zu Fuß zurück. Wir sind dafür verantwortlich, dass alle satt werden mit ganz, ganz doll gesunden Lebensmittel verlangen. Nehmen Sie das bitte mit, deswegen sind wir hier. Wir haben einen Forderungskatalog, den würden wir Ihnen gerne überreichen. Da stehen fünf Punkte drauf, die Sie sofort umsetzen können. Bild hat sie gefragt, ob sie zu irgendeinem Zeitpunkt Angst gehabt hätte oder Sorge gehabt hätte und sie hat das ganz klar mit Nein beantwortet. Die Landwirte haben sich mit ihr unterhalten, haben mir einen Zettel mit verschiedenen Forderungen in die Hand gedrückt. Am Ende wurde sie dann daran gehindert, die Veranstaltung zu verlassen. Die Polizisten haben diejenigen, die blockiert haben, zurückgedrängt. Sie konnte fahren und das war's. Schauen wir uns im Vergleich einmal an, wie zum Beispiel über den Neujahrsempfang in Münster berichtet wurde, wo 30.000, das sagt zumindest die Polizei, gegen die AfD dort demonstriert haben. Also gegen die Veranstaltung, gegen den Neujahrsempfang, gegen Rechts demonstriert haben, wie es ja so schön heißt. Tausende Menschen haben sich am Freitagabend in Münster versammelt, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Auslöser der Proteste war ein Neujahrsempfang des AfD-Kreisverbandes. Die Polizei meldete 17 Strafanzeigen. Wir können wahrscheinlich Hirscheid, Biberach, Magdeburg und sämtliche anderen Veranstaltungen zusammenzählen und kämen dann noch nicht auf 17 Strafanzeigen. Ich habe das in einem Tweet auch erwähnt. Dort warfen wir dann vor, naja, aber bei 30.000 sind 17 Strafanzeigen ja eigentlich zu vernachlässigen. Wirklich? Also ist das der Maßstab, an dem wir das jetzt messen? Wir haben unzählige friedliche Veranstaltungen von Landwirten, von Bauern in ganz Deutschland, von Menschen, die die Forderung der Bauern, der Landwirte unterstützen. Berichtet wird aber die Proteste schon seit Januar, seit den Korrektiv-Fantasie-Enthüllungen schon nicht mehr. Seitdem richtet sich ja der Fokus auf die Demonstration gegen Rechts, Rechtsextremismus, Nazis, AfD. Wie immer alles in einem Topf. Und natürlich fokussiert sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf die vorher organisierten, geplanten Interviews mit Politikern, Kommunalpolitikern, vor allem der Ampelregierung, die man als solche nicht kennzeichnet. Darauf liegt in den letzten Wochen der Fokus bei der Berichterstattung. Zurück zum Münster. Um den Zulauf begrenzen zu können, hatte die Polizei den Bereich und das Rathaus in verschiedene Zonen aufgeteilt. Es sei gelungen, gefährliche Überfüllungen einzelner Bereiche zu verhindern und wichtige Rettungswege freizuhalten, erklärte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. Am Rand der Veranstaltung hatten einige Demonstranten versucht, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Zugang zum AfD-Neujahrsempfang zu hindern, erklärte die Polizei weiter. Dabei sei es vereinzelt zu Rangeleien gekommen. Wisst ihr noch, was auch Rangeleien waren? Bei der Rosa-Luxemburg- und Karl-Liebknecht-Gedenkveranstaltung im Jahr 2021, als man verharmlosend von Rangeleien sprach, gab es 17 verletzte Polizisten. Im Januar diesen Jahres waren es dann 21 verletzte Polizisten. Dieses Jahr hat man sich gesteigert und spricht immerhin von Ausschreitungen. Mir geht diese Doppelmoral bei der Berichterstattung, dieser unterschiedliche Maßstab, geht mir so dermaßen gegen den Strich. Es kotzt mich wirklich an. Warum schafft man es nicht, gleichermaßen über Gewalt bei solchen Veranstaltungen zu berichten? Es soll nicht darum gehen, irgendwelche brennenden Tonnen oder Reifen zu verharmlosen oder dass Politiker eingeschüchtert werden könnten. Ich verstehe aber nicht, was so schwer daran sein kann, auch bei Veranstaltungen, die sich dann gegen die AfD richten, bei solchen Versammlungen die gleiche Messlatte anzusetzen und es ebenso zu verurteilen wie eine Veranstaltung, die sich gegen die Grünen richtet. Da muss sich dann auch niemand darüber wundern, dass das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer weiter absinkt. Wir haben die intransparenten Interviews, die vorher organisiert wurden mit Politikern. Davon wird ein Großteil nicht gekennzeichnet. Es wird dem Zuschauer suggeriert, es handelte sich um einfache Stimmen aus dem Volk, um irgendwelche Teilnehmer an diesen Protesten. Dann haben wir die Berichterstattung über Münster zum Beispiel. Bei den öffentlich-rechtlichen habe ich nicht ein einziges kritisches Wort dazu gefunden. Und es hätte durchaus kritische Stimmen dazu geben können, denn Die Polizei fertigte nach eigenen Angaben insgesamt 17 Strafanzeigen an. Unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoß gegen das Vermummungsverbot aus dem Versammlungsgesetz. Gegen zwölf Menschen seien Platzverweise ausgesprochen worden. Herzlichen Glückwunsch! Das ist eine klassische linke Veranstaltung, eine linke Demonstration. Diese und ähnliche Meldungen finden wir bei fast allen großen Demonstrationen, bei denen dann die Mitte der Gesellschaft, ja die Graswurzelbewegung, zusammen mit Linksextremisten, mit der Antifa auf die Straße geht und demonstriert. Denn merkt euch, nur wenn es sich um Proteste gegen die Regierung handelt, dann darf man eigentlich nicht auf die Straße gehen, wenn die Möglichkeit bestehen könnte, dass auch irgendwelche Extremisten dabei sind. Das hat man uns zumindest bei Corona monatelang versucht einzutrichtern. Das spielt jetzt natürlich gar keine Rolle mehr. Denn jetzt geht man ja für die richtige Sache auf die Straße, übrigens zusammen mit der Regierung, die die Zustände im Land zu verantworten hat. Die AfD hat nichts dazu beigetragen. Was wiederum nicht bedeutet, dass man die AfD nicht kritisieren sollte für ihre Inhalte. Wenn ich mir den Parteitag von Baden-Württemberg angucke, dann sollte sich jeder, der auch nur im Ansatz irgendwas zu diesen Zuständen dort beigetragen hat, den Grund und Boden schämen. Liebe Parteifreunde, das Ordnungsamt macht in diesem Moment dicht und lässt niemanden herein. So, wir würden jetzt erstmal... Markus, bitte nimm mir das Mikro nicht weg. So läuft das nicht. Das ist Raimund Hoffmann. Sein Lager will Markus Frohnmeier und seinen Co-Sprecher Emil Senze aus der Führung jagen und den Parteitag sprengen. Dass der überfüllt ist, kommt den Kritikern gerade recht. Zu wenig Stühle, zu viele Parteimitglieder. Es gibt stundenlange Verzögerungen. In der Halle, der versucht den Parteitag zu retten. Das Gesicht der AfD spricht ein Machtwort. Wir können es uns nicht leisten, einen Konflikt in diesem Landesvorstand, in diesem Landesverband weiter in die Länge zu ziehen. Und darum brauchen wir heute hier eine Entscheidung. Das Machtwort verpufft vorerst. Dreieinhalb Stunden später platzt Weidel am Saalmikrofon der Kragen. Ich möchte darum bitten, diese schwachsinnigen Anträge jetzt bitte sein zu lassen und zur Wahl zu schreiben. Sie stehlen uns unsere Lebenszeit. Darum geht's. Wie man sich als Partei in der Öffentlichkeit so unfassbar lächerlich machen kann, ist mir auch ein absolutes Rätsel. Genauso wie die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen. Aber sich dort so zu blamieren in der Öffentlichkeit. Ich bin mir sicher, es gibt Veranstaltungen, es gibt Stuhlkreise in Kindertagesstätten, auf denen es gesittet dazu geht und man den Eindruck hat, dass man es dort mit reiferen Personen zu tun hat, als es in Baden-Württemberg beim Parteitag der AfD der Fall war. Aber das nur am Rande. Halten wir fest. Es gibt reichlich Berichte über Veranstaltungen, über Proteste gegen Veranstaltungen. Wir haben einmal die Proteste, die guten Proteste, die sich gegen rechts richten, gegen alles, was nicht Teil der Bundesregierung ist. Und wir haben die schlechten Veranstaltungen, die sich eben gegen die Bundesregierung, gegen die Politik der Ampelregierung richten. Und wenn wir uns dann die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen anschauen, gerade wenn es um die Verurteilung der Demonstrationen gegen die Grünen geht, dann wird hier deutlich, was die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz in ihrer Studie festgestellt hat, dass die Öffentlich-Rechtlichen im Schnitt deutlich weniger kritisch über die Regierung, über die Ampel berichten, als es bei den Vergleichsmedien der Fall ist. Und diese Diskrepanz muss irgendeine Ursache haben. Was ja häufig belächelt wird, ist die Umfrage unter den Volontären, was ja teilweise als Studie dann im Nachhinein bezeichnet wurde, was aber gar keine Studie war, wo über 90% der Volontäre angegeben haben, dass sie bei der nächsten Wahl Rot-Rot-Grün wählen würden. Nochmal kurz zur Einordnung. Ich bin ein großer Freund davon, das Versammlungsrecht, was einem das Grundgesetz zugesteht, wahrzunehmen und auch jederzeit auszuüben, dort wo man den Eindruck hat, dass es notwendig ist, gegen die aktuellen Zustände eben auf die Straße zu gehen. Ob das jetzt die Landwirte sind, die gegen die Bundesregierung, gegen die Ampelregierung demonstrieren, weil sie diejenigen sind, die es ausbaden müssen, dass die Ampel einen verfassungswidrigen Haushalt verabschiedet hat, oder ob es die Menschen sind, die gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus oder gegen was auch immer auf die Straße gehen und demonstrieren. Alle haben das Recht dazu und sollten dieses Recht, wenn sie der Meinung sind, dass es notwendig ist, auch definitiv wahrnehmen. Die Aufgabe von seriösen Journalisten sollte es sein, gleichermaßen über diese Veranstaltung zu berichten und eben bei der Wahrheit zu bleiben. Nicht zu übertreiben, aber auch gleichzeitig nicht zu verharmlosen. Bedrohliche Bilder von einem brennenden Reifen in Nahaufnahme zu fotografieren und es dann im Nachhinein darzustellen, dass das der Beleg dafür sei, dass unsere Demokratie in Gefahr ist und dass ja wiederum die Opposition die Verantwortung dafür tragen würde und diese Behauptung der Ampelregierung, der Bundesregierung dann ungefiltert abzudrucken, ohne eine Einordnung, halte ich für durchaus kritikwürdig. Schaut euch selber verschiedene Beiträge zu den unterschiedlichen Veranstaltungen an. Beurteilt selbst, ob ihr den Eindruck habt, dass hier wahrheitsgemäß und ohne irgendeine falsche Einordnung und Übertreibung berichtet wird oder ob es hier bestimmte Tendenzen in eine Richtung gibt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr hier auf dem Kanal keine weiteren Videos verpassen wollt, dann solltet ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns hier im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Musik 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 Musik